Hallo, ich bin Susan Siederopoulos, ich bin Wertebotschafterin bei German Dream und auch sehr, sehr lange schon voll 20 Jahre Botschafterin von der Arche. Ja, heute waren wir hier und haben ein Werte-Dialog mit den Jugendlichen geführt und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, weil es, glaube ich, für die Jugendlichen hier ungewohnt war, über dieses Thema zu sprechen. Wir hatten das Gefühl, dass sie sich sehr gehört gefühlt haben, die Chance bekommen haben, über das Thema Werte nachzubringen. Sie wurde ganz viel mitgenommen und mich hat es total berührt, dass die Jugendlichen teilweise super offen über ihre Kühe gesprochen haben. Eigentlich war so ein Nenner sichtbar, dass sich alle mehr Respekt wünschen, mehr Empathie, mehr Mitgefühl, aber sie ist irgendwie nur nicht schaffend, es selber so zu leben und ich glaube, da konnten wir mit guten Beispiel vorangehen, dass wir sagen, dass bei dir anfangen, wenn du die Welt verändern möchtest.